Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ich bin der Files Donbeper und ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahmesession zu Assassin's Creed Brotherhood. Ich bin hier gerade auf der Karte von Assassin's Creed Brotherhood von Rom. Und ich bin mir gerade am überlegen, was machen wir als nächstes. Wir sind hier und wir müssen, wir sind jetzt in Sequenz 5 und wir müssen zur Rosa in Fiore. Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, das zu machen. Wir hätten aber natürlich auch die Möglichkeit, hier noch Leonardos Maschinen zu machen. Was natürlich auch eine große Gelegenheit wäre. Deswegen bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher, was ich machen soll. Oder einfach ein paar Schätze einsammeln. Und natürlich Auftragsattentate freischalten. Ich glaube, ich werde aber erstmal was anderes machen. Und zwar den Animus verlassen. Korrekt, fällt mir gerade ein. Verlassen wir den Animus. Okay, kehren zu Lucy, Rebecca und Sean zurück. Ja, es ist eine ziemlich lange Zeit her, dass wir das letzte Mal gespielt haben Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben jetzt Pfingst Mittwoch, beziehungsweise Mittwoch einfach nach Pfingsten. Kann man das so sagen? Ja. Pause. Ja, und wir sind hier einfach mal... Und ich habe halt frei an dem Tag, keine Schule. Und deswegen habe ich jetzt Zeit, ein bisschen aufzunehmen und so. Ich habe mir in der Zwischenzeit... In der Zwischenzeit konnte ich nicht spielen, da ich sehr viel zu tun hatte, Klausuren etc. Ich schreibe auch noch zwei Klausuren morgen und übermorgen. Äh, danach habe ich es aber durch, komplett. Und kann so ein bisschen chillen, sage ich jetzt mal. Und kann auch mehr aufnehmen. Und, ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall richtig heftig. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall was aufnehmen. Und außerdem war ich nicht untätig in Sachen Assassin's Creed. Ich habe nämlich mir in der Zeit, relativ am Anfang der Zeit, nämlich Assassin's Creed 4 Black Flag gekauft. Noch für die 360. Die 360-Version noch. Weil ich ja keine Next-Gen-Konsole habe oder keinen PC habe. Allerdings ist das Spiel ziemlich, ziemlich fett. Und zwar nicht so, wie ich gedacht hatte, wie Teil 3, sondern ziemlich, ziemlich fett. Und habe es einfach mal durchgeplayt. Bin jetzt gerade bei 93 oder 94% komplett Synchronität. Ähm, mal gucken, ob ich es noch durchmache, durchkriege. Aber ansonsten werdet ihr es auf jeden Fall noch im Let's Play sehen. Und im Moment ist ja auch die E3. Ich habe ja schon den Trailer von Assassin's Creed Unity gesehen. Äh, habe ich... Also habe ich erst mal hier ordentlich... Geil, sage ich nur. Aber egal. Wir sind hier in Assassin's Creed Brother und müssen erst mal jetzt die Assassin's Creed Teile durchbringen. Wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Wir reden mal mit den einzelnen Leuten. Mal gucken, was sie zu sagen haben. Was geschah mit Katharinas Wasser? Sie ging nach Florenz und bat erfolglos um die Übergabe ihrer Ländereien. Sie starb in Armut. Ah, traurig. So ist das Leben. Oder der Tod, aber ihr versteht mich schon. Sean ist ja ganz schön hart gerade, Rand. Sage nur Katie, ne? Ja, ja. Ja, der Luxus. Hier der Luxus. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Ja, ruht dich mal aus. Gibt's irgendwas zu essen hier? Wer nicht arbeitet, isst nicht. Ein Scherz. Du weißt, dass das Spaß war? Genau. Lächeln und nicken. Da gibt es einen Freiwilligen. Der war es wert. Wo ist Lucy hin? Lucy! Lucy! Wo ist Lucy? Ey, weißt du, wo Lucy ist? Was ist mit dem Strom? Im Moment geht's, aber die Leitungen sind aus der Steinzeit. Verdammtes dritte Weltland. Sprichst du von Italien? Nein, Europa ganz allgemein. Wusste nicht, dass England ein dritte Weltland ist. England ist nicht Europa, Rebecca. Wir tolerieren Europa. Weißt du? So wie man Herpes toleriert. Okay. Passt hier gerade zu politischen Situationen von England. Ja. Genau die Einstellung habe ich erwartet von einem Engländer. Ja. Wie konntest du eine Kopie des Animus bauen? Ach, weißt du, Lucy hat mir Pläne geschickt. Ich dachte, sie konnte da nichts rausschmuggeln. Sie hatte ihre Mittel. Der Rest ist improvisiert. Ha. Improvisiert. Und ich mache mit dem... Mach mit dem... Bin beschäftigt. Wo ist eigentlich Lucy jetzt hin? Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber da ist wieder dieser gummige Stift. Den irgendwie jeder Animus-Typ... Äh, irgendwie jeder hat. Ich habe zu tun. Das ist mir klar. Nur ich suche Lucy. Weißt du, wo Lucy ist? Lucy ist. Ja, ich will jetzt auch nicht rausgehen. Weil ich jetzt... Ich habe hier schon alle Sachen gesammelt. Ja, kommen wir noch kurz in die Mails. Gehen wir das Passwort rein hier. Komm. Das ist gut gewehrt. Läuft. Hey Leute. Nur eine kurze Warnung. Als ich gestern Batterien geholt habe, hat gegenüber ein weißer, unbeschrifteter Van geparkt. Als ich mir eben Essen geholt habe, war er immer noch da. Für meinen Geschmack ist da etwas unscheinbar. Und ich hatte genau die richtige Größe für eine Überwachungsausrüstung. Ich war ein paar Minuten nochmal geguckt und da war er weg. Aber haltet die Augen offen, Rebecca. Yo. Ab daher, den kurzen Absatz zu unseren Kollegen in aller Welt. Moskau sind weiter alle in Sicherheit. Sie gehen zur Zeit einen Hinweis auf einer potenziellen weiteren Ehen später nach. Also Daumen drücken. Ich habe für sie recherchiert und konnte einige ihrer Vermutungen bestätigen. Also sieht es damit gut aus. So, Pauli. Sie mussten wieder das Versteck wechseln. Und dieses Mal war es, die Erinnerung, man glaubt, es gäbe ein Leck im Team. Und das Hauptquadier prüft das. Wahrscheinlich taucht das Team bald unter, um den Mauer zu finden und auszuschalten. Und hoffentlich fangen sie ihn, wo er etwas merkt. Aber immerhin haben sie Hilfe. Das ist ein Plus. Osaka. Wie geplant immer noch untergetaucht. Sie sollen sich in 72 Stunden beim Hauptquadier melden. Ich hoffe, sie sind okay und konnten die Vorfolge abschütteln. Ihr habt da jetzt ein Kürzes. Schon, Jungs. Ja, Wochenbahn. 1W3 bleibender Zugang. Nichts Besonderes also. Und ich denke, damit könnten wir auch wieder in den Animus-State gehen. Ich kann ja kurz, theoretisch kann ich immer kurz, wir haben ja ein bisschen Zeit, rauslaufen. Einfach so aus Spaß. Da ist Lucy. Manchmal fühle ich überhaupt keine Bindung mehr zur Realität. Fast ein Jahrzehnt meines Lebens futsch. Für die Suche nach diesen Edensplittern. Denk an das schöne Gefühl, wenn wir die Templer endlich gestoppt haben. Ich weiß nicht, ob das jemals endet, Desmond. Ich kann das nicht ewig tun. Das glaube ich nicht. Meine Lucy brachte mich her und bildete mich aus. Die würde nie aufgeben. Schätze, ich habe dich gut ausgebildet. Wie? Na, ganz okay. Ist sie jetzt wieder drin? Ne, wir gehen nochmal. Gehen wieder rein. Stimmt, wir gehen einfach wieder rein. Ich denke, sie ist wieder reingegangen. Lucy. Ja, sie ist doch gut gemacht, dass ich wieder rausgegangen bin. Und jetzt gehe ich wieder rein. Vielleicht kann man doch noch mit ihr reden. Ist sie hier? Ja, sie ist hier. Perfekt. Noch irgendwas reden. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und binde den Anruf. Wir zählen auf dich. Ja, ja. Es ist alles bereit. Jo. Ah, ja, ja, ja. Okay. Was machen wir denn jetzt? Das, äh, das ist die Frage, äh, ja. Ich überlege. Ich überlege. Oder? Soll ich das machen? Soll ich jetzt so eine machen? Serious, oder? Oder? Wir benutzen mal, ähm... Äh, machen wir die andere Seite. Okay, kann ich ja auch wieder vier verschicken, oder? Gucken wir mal gerade, wie lange die brauchen. Zwei Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten. Okay, alle zwei Minuten, ja. Okay, Aufträge. Nein. Dann. Okay, los geht's. Und dann. Was machen wir dann? Okay, und dann machen wir noch die hier. 80 reicht, meinte er, 80 reicht. Ich denke, 80 reicht. Ich glaube, ich habe jetzt 1 zu 4 weggeschickt. Das ist natürlich jetzt ein Problem eventuell. 2 Minuten, 16, 2. Okay. Doch, vielleicht kriege ich es noch hin. Ich meine, vielleicht könnte es doch noch ganz gut ausgehen. Ich glaube, das ist der falsche Ausgang. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich komme auf mich mal, immer mal. Schon mal hier. Ich habe hier schon ein paar Bilder aufgehangen. Das ist nette eigentlich. Fehlen aber auch ein paar. Ach, hier ist es stimmt, ne? Ja, ja, hier ist der. Ähm, hmm, 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 hmm. Kaserne würde ich sagen. Ich habe vor, in die Kaserne zu gehen, um mir die Auftragsantate zu holen. Und da noch ein bisschen was zu machen. Ein paar Auftragsantate erst noch. Ich will auf jeden Fall, äh, ich will nicht immer alles machen, also... Ne, aber, äh, ich will schon die Mission, die man machen kann, machen, eigentlich. Ich ... Die Borgia sind durch eure Angriffe verunsichert. Spione des Papstes durchsuchen die Stadt. Zum Glück konnte Machiavelli ihre Namen erfahren. Yo, grazie, ne? Ja, ruhig, kriegt ihr euch mal ab. Wo sind die Auftrags-Ardara? Ach, da. Da ist, da wäre eins. Und das wieder nur drei Stück oder so? Im Moment sehe ich kein anderes. Ach, da unten. Okay, da ist noch eins. Okay. Pferd, komm mal her. Und los geht's, würde ich sagen. Ja, wieder ein paar Assassinen wiederbekommen. Nein, nein, Ezio braucht keine Sachen von Leonardo mehr. Oh, war das laut, ey. Gebt die Straße frei für die... Ihr wandert im Fenster... Ihr werdet ihm nur wie groß... Ihr werdet ihm nur wie groß... Ihr werdet ihm nur wie groß... Ja, aber... Ja, das war's. Jetzt bin ich noch nicht raus.